Ja, malzert meine Freunde, willkommen zum versprochenen, in Anführungsstichen, Unboxing-Video. Wie ihr wahrscheinlich seht, habe ich das andere Set an, weil ich habe mir die Tagesamplis geholt, habe mal durchgejagt und bin dann jetzt 97. So, wir haben gekriegt eine grüne Aura, 7 Tage werden wir verkaufen, 2 Mal Merchant Agreement für einen Tag werden wir verkaufen. So, 3 davon, 10 davon, 7 davon. Würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an und machen die auf. Ah, seelengebunden, Crap. Weg. Aber die sind nicht schlecht, das ist gut, die kann man mal behalten. Heading Cloud S. Hm. Okay. Naja, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr besser findet, ob mein Bike oder das Ding. Naja, gut. So, oh, Upcut Stones sind schön. Oh, nochmal Scrolls. Upcut Stones. Oh, nice. Zwei neue Boxen. Oh, schön. Naja, wirklich, so geil sind die jetzt nur ordentlich, aber besser wie nichts, ne? So, packen wir erstmal noch da. Ja, wieder Crap. Na ja. Boah, die sind okay. Scroll auf Upgrading. Von 3 bis 6, ja, nice. Ach, und nochmal zwei. Nochmal schon vier Stück, von 81 bis 120, ist so gut. Nicht stapelbar ist natürlich schon wieder ranzig. Da wird der Vital Drink. Wow. Crap. Crap. Nochmal Scroll. Hier die. Oh, nochmal Gold Deal. Zwei neue Boxen. Nochmal. Okay. Ja. Crap. Crap. Oh, jetzt haben wir nochmal vier Boxen. Nice. Nochmal Maps. Ja, nochmal. Noch ein Grilled Eel. Und. Wow. Auch Crap. Naja, gut. Dann. Erlauben wir uns noch eine kleine Runde. Boah, mal gucken, ob es so wirklich spaßig wird, aber. Hey. Ach. Jagen wir mal noch ein paar Giants, ne? Höhöh. Wow. An Land sieht der Vollkacke aus. Aber das Schöne ist, die haben kein Aggro. Im Normalfall haben Giants ja alle Aggro. Wie ich sagen, Giant Tour mal anders, ne? Oh, ernsthaft? Oh, schon wieder der Sykale Giants. Dann muss er halt nochmal dran glauben. Wer sich hier so dreist in den Weg drängelt. Oh, laut Repi. Naja, so das, was man hier rauskommt, steht in keiner Relation zu dem, was man für die Kackbälle hier bezahlt. Aber, naja, gut. Egal. Und schau wieder der Sykale. Egal. Und schau wieder der Sykale. Haufensack. Ah, herrlich. Achso, wir haben auch noch fast 65%. Also ist die 98% gar nicht mal so weit entfernt. So, und der letzte... Und wieder der Sykale Giants. Hör mal, ist es mit dir nicht in Ordnung? Und dann haben wir jetzt gleich noch welche. Hehe. Jetzt willst du lieber ins Wasser, ne? Ja. Kann ich verstehen. Du bist ja ein Land auch ein bisschen... Ne? Macht wenig Sinn. Ist klar. So. Wir gehen jetzt einfach mal nach hier. So. Gucken wir nochmal, was wir hier kriegen. Oh, Carry Bomb. Carry Bomb. Ach, ja. Und, oh. Oh, Iron Giant. Nice. Ich will mir ein bisschen schwätzen angreifen, der Typ. Jetzt hätte ich gerne noch den Watanker. Der Watanker Giant. Der Watanker Giant. Der wäre nice. Der wäre halt echt cool. Ach, wofür hältst du dich denn? Mr. Erip. Kriegen wir eigentlich noch XP? 64, 50. Ich meine gut, der ist halt auch einiges unter uns, ne? Und da ist der Herr Hopre. Wow, 0,01. Wow. Und da ist der Herr Hopre. Mal gucken, welchen wir aus dem letzten Ei hier kriegen. Carry Bomb hatten wir. Hopre haben wir jetzt auch. Iren hatten wir. Dann haben wir jetzt noch den Giant Mashpie offen oder den Watanker. Dann hätten wir zumindest vier unterschiedliche Giants gesehen. Nicht wie gerade hier bei der Syka. Der hat sich da ja dezent in den Vordergrund gedrängt. So, und? Wow. Natürlich. Oh ja, klar. Die dumme Sau. Komm raus da. Komm raus spielen. Du willst es doch auch. Ich spiel nicht verstecken, du Pfeife. Oh, wie süß. Oh, wie ist ja putzig. So. Jetzt habe ich keine mehr mit. Ja, ich habe hier für das Level und so ein bisschen umgeräumt. Deswegen habe ich auch gerade keine... Nein! Falscher Eingang. Egal. Deswegen habe ich auch gerade keine Blinkwings mehr mit. Jetzt ist es ein bisschen doof gelaufen, aber naja, gut. Aber wir haben hier... Wow. Wir haben ja noch hier die Maps außer Dingens. Alles gut. Ja, dich packe... Packe ich jetzt mal weg. Du gehst mal ein bisschen auf die Nüße. So. Ihr wisst, was jetzt kommt. Das ist natürlich bitter, wenn die Kuh haben es ablaufen und du keinen Tank hast. Das würde mich ja belasten. Da-Dem. 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 Wow. So. Musikale und Green Monks. Wow. Easy. Das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Dann machen wir das Quest hier noch eben fertig. oder zumindest ein Teil noch davon. Und dann geht das schon. Gibt es die beiden Kleinen überhaupt? Huch, da wollte ich nicht hin. Ja, und das Fenster zu. Ja, wir nehmen einfach... Wenn wir jetzt finden hier die normalen... Ah, dann wird es wohl nur mit den normalen gehen. Ah, doch, mein Viecher ist schon da. Wow. Eins noch. Hat er nichts gedroppt? Mensch, 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 Mensch. Mensch. Was ist das denn hier für'n Haufen, dass keiner irgendwas droppt? Also... Oh, wie süß. Ja, ist ja putzig. Komm, jetzt gib doch das letzte Ding in her. Immer noch nicht. Oh, dann müssen wir halt doch weitermachen, ne? Och, ernsthaft. Aber ich hatte eigentlich noch was vor. Könnt ihr euch jetzt mal bitte beeilen hier? Ah. Wollig. Jetzt noch hier die... ...normalen Dinger. Brauchen wir dann auch da die normalen Sykale. So leidet mit Hut. Das ist ja blöd gelaufen mit den Kuams, ne? Ich glaube aber nicht, dass du einen freiwilligen Tank finden wirst. Ganz ehrlich, glaube ich nicht dran. Weil die meisten übers Tanken Geld verdienen. Du glaubst ja wohl nicht, dass irgendjemand für dich jetzt auf sein Geld verzichtet. Na gut, ich weiß jetzt ja nicht, was das für ein Level ist oder für ein Job. Äh, wow. Die haben wir jetzt so instant fertig. Ja, nice. Okay. Dann gehen wir den Quark mal eben ab. Und gucken, wohin es dann weiter geht. Huch. Ich muss mir vor mein kleines Mikro gehauen. Das ist gar nicht der. Ach. Hö? Also Sun Moon Box, ja, wow. Calderas, Dekan Mine. Ja, das ist ja eine Begrüßung hier, ey. Ach, zieh Augen auf und kriegst Dreck bei der Fresse. Wow. Okay, aktive Quests. Ach. Wo kriegen wir die denn? Von einem Bo. Nein, jetzt muss ich erst mal was gucken. Darkon 3. Doch, doch, gut. Ich werde hier nachher völlig in die falsche Richtung gucken. Das wäre natürlich ganz doof. So, wo haben wir denn jetzt hier die Bo's? Da haben wir uns Small Bo. Wow. Und direkt fest, Alter. Wir sind Small. Dann werden die Größeren wohl hier so in die Richtung sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wie heißen die Dinger jetzt? Sting? Früher hießen die Bo-Posen. Wollen wir denn hier mal hier? Da haben wir sie. Da haben wir sie. Ach komm, wenn du einmal da bist, vermöbeln wir dich halt auch noch eben. Wo willst du da auch? So. Mal eben die Skills an. Gemacht. Da haben wir noch einen. Wow. Diese Drops hier, ey. Vier Stück brauchen wir noch. Noch drei. Noch zwei. Noch ein. Und Boots. Riodos. Also wieder ab da hin. Dich würde ausmachen. Weil du mir jetzt hier gerade beim Laufen ernsthaft ein bisschen auf die Nüsse gehst, weil der nicht hinterherkommt und dann ewig hier oben das scheiß Fenster wieder aufklöppt. Geht mir dezent auf die Nerven gerade. Du siehst aus, als wolltest du dir die Fresse. So. Guten Tag. Ja, fertig. 20 normale Carry Bombs. Ja, gut. Die müssten da hinten stehen. Oder hier. Gut, aber das ist was für die nächste Folge. Haut da mal rein. Ciao. Geht mir cooling auf die Linke? Gut, glaube ich. Gut. Gut. Gut, gut. Vielen Dank.